Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Taucht ein in die Welt von Spongebob und seinen Freunden Patrick, der superkluge Seestern Sandy, das süße Eichhörnchen Und Thaddeus, der, ähm, Oktopus Also freut euch! Nein, ich sagte freut euch! Denn jetzt könnt ihr Spongebob auf DVD haben! Spür die Macht des Schwammes! Spongebob Schwammkopf auf DVD